Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wahr ist. So, wo ist denn der kleine, dicken Junge? Auf jeden Fall... So, keine Lust auf dem Umweg, ich kletter einfach. Sorry. Hallo. Ups. Sorry. Das war kein Arztlicht. Ich habe den falschen Klopf gedrückt, tut mir leid. Ach, Unterricht. Ach, Unterricht kann noch warten. Na komm, ich will da rein. Okay, na komm. So. Ja, komm, 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 komm. Gut, und rein damit. Komm, 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 komm. Wenn ich nie ein Mädchen in einem Mädchen im Kleid erwarte. Oh, lass mich los, du Penner! Nein! 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 Ja. Passt. Okay, die Sektion. Hm, lecker. Da, 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 Körser bewegen. Mhm, mhm, mhm. Okay. Okay, ich ziehe den Frosch. Na komm. Ja. So, noch eine Nadel. Und noch eine vierte Nadel. Skalpel. So. Skalpel. So, jetzt schön vorsichtig. Ach. Tja, Junge, du bist ziemlich ausgenommen hier. Tu es mir irgendwie so ein bisschen leid. Na, noch ein Einschnitt. Na komm. Ach, komm schon. So. So. Okay, mit Nadeln fixieren. Ah, mein Junge. Identifiziere das Herz. Der dürfte ja nicht allzu schwer sein. Da ist es. So, mit Skalpel rausschneiden. Boah, ist das schwer mit dem Gamepad. Na komm. So. Boah, ist das eine Arbeit. Wenn der Lupe den Magen identifizieren wird wohl das Ding hier sein. Oh Gott, ich habe noch eine Minute. Ich glaube, das wird... Das ist ziemlich wenig. Boah, das Geräusche mit der Kunst. Ha. Komm schon. Ich will die Pinzette nehmen. Okay. So, jetzt auch noch die Eingeweide. Uiuiuiuiui. Okay, das wird knapp. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich habe noch 20 Sekunden. So. So. Ich hoffe... Oh, klapp. Oh. Ganz schön klapp. Kann ich das denn nicht auch mit der Maus machen? Muskelshirt freigeschneiden. So. Gucken. Du, 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 du. Ah, okay. Jetzt muss ich noch die Notizen zurückbringen. Alles klar. Ja. Ja, schrei doch rum. Oder? Oh nein, jetzt fängt das von vorne an. Ich habe keine Lust, das jetzt nochmal machen zu müssen. Ich hatte die Notizen doch schon. Da ist schon wieder der falsche Weg. Ja, ja, ja. Ach, da ist der Hausmeister. Ich dachte schon, hä? Na komm, gib mir Stinkbomben. Ich will Stinkbomben. Gib her. Danke. Du, 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 du. So. Vielleicht funktioniert sie ja jetzt. Ich werde sehen. Ich werde sehen. Also noch hat es nicht geklingelt. Ja, rät dich ab, Mädel. Komm her. Danke. Ui, 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 ui. Ich werde entwischen. Komm her, komm her, komm her. Oh, voll in die Eier. Komm, verpiss dich, Schlampe. Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Verpiss dich, verpiss dich. NEIN. Das war doch noch kein Unterricht. Ach, das hier höchstet Mania. Das ist ja einfach. Oh, jetzt hat es gerade gelegt. Das war gemein. Ein paar mehr, ich werde gelangweilt. Geht doch. Ich habe es drauf. Pink Keyboard Pulli. Ich habe es drauf. Ich habe es drauf. Ich habe es drauf.